Hey, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Elinsky. Hallöchen! Hallo, hallo. Wir sind heute einmal Feldrubin rot. Das bin natürlich ich, Leute, ihr wisst ja, ich bin rot, ne? So, und wir haben noch die blaue Seite mit Diamanten. Das ist Elina. Und ich baue heute eine geheime Rubin-Base. Und Elina baut eine geheime Diamant-Base. Und ihr könnt wie immer in die Kommentare schreiben, wer von uns beiden die coolere Base gebaut hat. Äh, genau, 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 genau. Wir legen los. Es wird mich auch freuen, wenn wir 10.000 Likes schaffen. Schaffen wir das? Da würde ich mich sehr freuen. Ähm, wir beginnen. Let's go. So, ich habe mir hier schon alles bereitgelegt. Alles, was irgendwie rot ist, Leute. Weil wir wollen wirklich alles rot haben hier in der heutigen Episode. Ja, aber wo bauen wir den Eingang? Also, ich muss echt sagen, Elina, heute mache ich... Äh, oh, nee, warte mal, warte mal. Wir müssen hier mal kurz Secret. Secret, heute lege ich den Schwerpunkt auf das Aussehen, ja. Aha, okay. Und nicht auf, äh, na, das Geheime, sage ich mal, ne. Aber ich werde jetzt natürlich trotzdem ein bisschen verstecken hier. Aber ich werde jetzt nicht komplett über... Ähm, nö, das ist jetzt aber nicht so geplant hier. Wieso ist denn... Hä, hallo, Stein? Ne, 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 ne. Aha, das sieht doch jetzt schon mal viel besser aus. Jetzt brauchen wir aber passend dazu einen geheimen Schalter. Den habe ich natürlich auch nicht vorbereitet. Mensch, was habe ich denn überhaupt? Äh, hier, Level, da haben wir ihn. Ich glaube, ich hatte den vorbereitet. Ohne, keine Ahnung. So, dann machen wir das hier so. Ah, das ist cool. Okay, das ist sehr cool. Das heißt, man kann das hier aufmachen. Und dann kommt man hier nach unten in das Rubin-Zentrum. Aber das ist ganz schön dunkel hier. Wir brauchen ein bisschen Licht. Und was ist dann natürlich besser als eine rote Redstone-Fackel? So. Zum Nachhinein betrachtet, Idina. Ich mache, glaube ich, doch ein paar Sicherheitsvorkehrungen hier rein. Ich habe doch Bock. Ich habe Bock. So. Wir machen das Ganze hier... Wieso lachst du denn jetzt so? Gibt es denn jetzt hier zu kichern? Also, wir haben jetzt hier Lava platziert und Glas. Und jetzt werden wir verschiedene Blöcke... Ja, haha. Mit Ghostblöcken austauschen. Was ist denn los, Idina? Was hast du denn gemacht? Ich dachte, ich habe die ganze Zeit einen Secret-Block in der Hand. Aber da war es eine Kiste. Ja, du musst den... Du musst den Helm, den Dia-Helm dazu geben. Hier. Wenn ich ihn jetzt finden würde... Warum? Ja, ja. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Aber den kannst du eigentlich... Helm? Das ist bei der Secret-Mod der Helm, Idina. Dann siehst du doch alle Blöcke richtig. So. Wir machen jetzt in der Zwischenzeit weiter. Und hier machen wir jetzt diese... Ich möchte hier bitte... Oh, das ist eigentlich ganz gut. Ja, aber wir wollten heute... Wir wollten heute ja gar nicht so auf diesen Secret-Aspekt eingehen. Das haben wir ja sonst immer gemacht. Heute geht es mal um das Design-Technische. Das heißt easy. So. Ja, das finde ich cool. Und hier geht es jetzt weiter. Hier machen wir erstmal so einen kleinen Vorraum. Der muss auch ein bisschen größer sein. Das heißt, hier geht es so ein bisschen runter. Easy. Das sieht dann sehr, sehr schön aus. Und dann machen wir die ersten Deco-Elemente rein. Ein Teppich und eine Fußbodenheizung. Ein fetter Flatscreen-TV und eine Playstation. Äh, was braucht man noch so, Idina? Ähm, ähm, eine Toilette. Ja, aber doch nicht im Wohnzimmer. Ach so. Entschuldigung. Teppich. Roter Teppich. Versteht sich. Oh Gott, der sieht ja mega hässlich aus. Was ist der mit diesem roten Teppich? Idina, der ist braun. Ich glaube, das liegt an dem Licht, glaube ich. Ich hoffe, das liegt an dem Licht. So, hier machen wir jetzt die ersten Elemente hin. Ich würde sagen, hier so ein bisschen zum Chillen. So, hier. Genau, hier kann man sich so hinsetzen. Dann gibt es hier natürlich auch die passenden Lampen dazu. Warum die jetzt auf dem Boden stehen, das kann ich euch auch nicht beantworten. Das ist halt manchmal so. Jo, das ist, glaube ich, mega cool. Das habe ich hier vorbereitet. Stimmt, wartet mal. Äh, genau. Das muss hier hin. Und das muss hier hin, oder? Ja, das ist übel cool. Ha, das gibt mir entscheidende Bonuspunkte im Kampf gegen Janinski. Es ist wieder Zeit für Lava, weil hier ist es wirklich verdammt dunkel. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man das sonst hier hell kriegen soll. Oh, guck mal, Idina. Ich habe gerade deinen Namen gesehen. So. Ich gucke. Genau, sehr schön. Oh, ich sehe doch gar nichts. Ich bin hier an meiner roten Rubin-Base. So, okay. Sehr, 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 sehr schnieke. Jetzt kommen wir... Oh, wir sind, glaube ich, voll nah beieinander, Idina. Hier machen wir noch eine Tür. Was war jetzt was? Genau, so wollen wir das. So, und hier kommt jetzt der Hauptraum. Der wird sehr, sehr, sehr schnieke. Aber wir müssen noch irgendeine Falle hier einbauen. Das ist mir alles viel zu einfach. Ja, ich habe da eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir das machen, Leute. Hier geht es lang, genau. Machen wir noch eine Tür rein. Und... Ah, ja, 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 ja. Okay. Jetzt haben wir ja das eingebaut, ne? Man, das ja, ja, das seht ihr ja. Jetzt müssen wir aber irgendwie auch noch... Oh, wie wäre es damit, Leute? Wie wäre es denn da an der Tür? Ähm, ha, ha. Das sieht doch ganz geil aus, Leute. Was haltet ihr davon? Ich muss das noch kurz ein bisschen vorbereiten. Da ist schon die Erde. Und jetzt machen wir einfach hier einen Gang rein. Aber wir brauchen Lampen. Das ist mir viel zu dunkel hier. So, da ist ja schon wieder Erde. Mensch, was machen wir denn hier? Okay, dann bauen wir uns jetzt an der Erde lang. Oh, nee, das ist ja mega doof. Okay, Kommando zurück. Das funktioniert leider so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das kriegen wir hin. Dann machen wir das einfach. Der finale Raum ist eine Küche. Ich weiß auch nicht, warum, aber das sind die Blöcke, die ich übrig habe. Nein, 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 nein. Mein Kinderlaberraum brennt gerade ab. Oh, was? Oh, brennt bei mir? Nee, Rubin kann nicht brennen, glaube ich. Nein, nein, nein. Kann Rubin brennen? Alles gut. Wir brauchen hier auch ein Antigeisterbild. Auf Holzboden. Damit keine Geister hier reinkommen. Da, die Geister. So, Antigeister, okay. Wir hatten hier doch ein Bett. Wir haben Betten der Küche. Ist das eine Küche? Nö, eigentlich ist es gar keine Küche. Ist einfach hier nur so ein... Kann man da Lava reinfüllen? Ich probiere es. Nein, das geht leider nicht. Oh, verdammt. Aber das Bett sieht cool aus. Das sieht sehr cool aus. Was haben wir noch vorbereitet hier? Äh, das hatten wir. Eine Lampe unten. So einen kleinen Tisch mit einer Lampe vielleicht. Okay, dann machen wir hier noch... Ähm, wie sieht es hier aus? Sieht das cool aus? So vielleicht? Ähm, ja. Ja, das finde ich nice. Und da machen wir jetzt noch eine schicke Lampe drauf. Alles in Rot versteht sich. Okay. Wir können nochmal gucken, ob wir noch was Geiles in Red haben. Eine digitale Uhr. Und ich glaube, die funktioniert sogar. Und die ist rot. Ein Radiowecker, Leute. Den habe ich auch zu Hause. Neun Uhr. Na gut, das stimmt nicht ganz. Kann man den hier irgendwie stellen? Das ist ein Riesenbett. Hey, da stand doch was mit Schiff. Ein Telefon. Ich habe auch ein Riesenbett. Telefon kommt hier hin. Zack. Mein Bett ist größer. Gar nicht. Meins ist vier... Sechs Blöcke groß. Nee. Natürlich. Ich stehe doch davor. Oh mein Gott. Was ist jetzt los? Alter, ich habe gerade mein Bett so was... Also mein Bett war so von eins bis zehn. War es eine fünf. Und jetzt ist es einfach eine zehn. Die Uhr zeigt die richtige Zeit dann. Also jetzt Minecraft. Also Minecraft ist jetzt gerade neun Uhr. Was? Echt jetzt? Ja. Zumindest behauptet das diese Uhr. Ob das wirklich stimmt, das weiß ich natürlich nicht. Also ich bin fertig, Elina. Was? Ich habe ein paar coole Fallen eingebaut. Und es sieht doch sehr schick aus. Und ich glaube, den Sieg hole ich mir hier ganz, ganz, ganz locker. Ich meine, theoretisch und auch praktisch ist ja TNT rot. Was haltet mich hier jetzt aber... Muss das alles blau sein? Natürlich. Auch meine Regale und so? Ja. Echt? Elina, ich spiele jetzt hier gerade so heftig mit den Feuern. Ich mache meinen Boden aus TNT und hier sind Redstone-Fackeln. Aber für den Sieg... Echt, Elina? Ich habe jetzt schwarze Regale hier drin. Ach so. Nö, muss nicht sein eigentlich. Aber ich habe es halt alles in rot. Na gut. Mein Telefon ist jetzt auch nicht rot. Ich mache das jetzt auch alles in blau. Ne? Aber... So. Ich würde sagen, das Finalzimmer ist aus TNT. Das ist schicke. Und es muss einen Notfallhebel geben, dass wenn die Base quasi erobert wird von Feinden, dass man hier alles in die Luft sprengen kann. Ja. Habe ich auch zu Hause bei mir. Okay, die dürfen wir auf keinen Fall drücken, Leute. Sonst geht es hier wirklich schief. Oh, oh. Okay, ich verschwinde lieber. Ich bin fertig jetzt, Elina. Endgültig. Ich bin ready. Ich bin ready, Ben. Dann lücken wir los. Wir gucken uns erst meine Bude an. Meine schicke Robinho Base. Dann suchen Sie mal den Eingang, wenn Sie ihn denn finden. Oh, muss ich was drücken? Ja, das verrate ich dir doch nicht. Ähm... Ja, okay, doch. Ich verrate es. Du musst was drücken. Du drückst das sowieso schon die ganze Zeit. Hör ich doch. Nein, was meinst du? Ganz kalt, 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 warm, wärmer, 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 wärmer. Sonne, Sonne. Die Sonne, Elina. Oh. Ah. Was haben wir denn hier? Ah, dann mach mal weiter. Diese. Aua. Was, ich habe dich da drüber geboostet. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, das war so dumm. Das war nicht Teil des Plans, dass ich dich da rüber booste. Kann man den überhaupt schaffen? Ja, locker. Gar kein Problem. Oh. Ah. Ja. Bin ich schön fertig? Beim ersten Handlaufspaß war der 50. Okay. Lalalalalala. Oh, Mann. Auf die Falle reingefallen. Lalalala. Okay. Na, der Weg scheint offensichtlich wohl woanders lang zu gehen, Elina. Aber wo? Ah. Ah, aha. Ja. Ja, du bist im Ziel. Nein, nicht drücken. Oh, ich dachte, du drückst, ey. Ja, viel Spaß jetzt in diesem schicken TNT-Roten-Zimmer. Geisterfrei mit fetten King-Size-Bed-Radio-Wecker. Einen geilen Digital-Telefon. Ne, Satellitentelefon sind immer die Dinger. Ja, finde ich ganz geil eigentlich. Ja, sieht schick aus. Gefällt mir. Ja. Geh rüber zur Diamant-Base. Prima, bei mir weiter. Ich bleib hier liegen. Nein, du musst mitkommen, falls ich Hilfe brauche. Also, ich kann hier drauf springen, Elina. Ist das so gewollt? Nö. Nö, nö. Dann ist das wohl die erste Sicherheitslücke. Also, das Hochsicherheitsprädikat bekommst du hier auf jeden Fall doch nicht. Nö, 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 nö. Also, hier geht es, denke ich mal, rein. Die sind wahrscheinlich noch auf dem Fallen drin, wo man runterfährt. Aber, ja, danke. Ja, genau. Wärmer, wärmer, wärmer. Ja. Oh, das ist gemein. Hier sehe ich schon den Raum, aber ich kann da nicht rein. Hoppla. Achso, das ist gar nicht gespürt. Du musst ein Glas unter dir mal abbauen. Hä, war eigentlich, ist das voll gut gemacht. Zack. Elina, jetzt ist es mega dunkel. Gibt es ganz kein Lichtleisten hier. Du hast doch Diamanten. Oh, ein Raum voller Buttons. Aber so wie ich dich kenne, ist das viel zu kompliziert mit Redstone. Das ist nur eine Trappe. Das kenne ich dich viel zu gut, Elina. Das ist nur eine Trappe. Wo geht es hier lang, Elina? Wo geht es hier lang? Doch, doch. Also, dann geht es in dem Raum lang, aber dann ist es wahrscheinlich einer unten. Ja, hier ist es halt hell. Ah! Das Helle hat es verraten. Babam! Das war echt keine Attrappe. Krass. Ich bin schon da? Ja. Das ging aber schnell. Das stimmt. Der blaue Luxusraum. Wir haben den Fernseher, der ist größer als ich, Leute. Oh Mann. Auch ein nettes Poster haben wir hier. Bücherregalen. Bücher, die ich sowieso nicht lese. Nice. Bett. Du hast das gleiche Bett wie ich. Aber das ist ein cooler, wie so einen coolen Nachtschrank, passend dazu. Ja. Ja. Sehr, sehr viele Bücher, Elina. Finde ich krass. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr liked auf jeden Fall das Video. Abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns morgen noch dran. Euer Benson. Ciao. 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 Ciao.